Wie kann ich mehr Geld machen? Wie kann ich jünger aussehen? Wie kann ich mehr Freizeit haben? Ich möchte ein besseres Leben. Ich möchte froh sein. Wir müssen reden. Ich frage Sie jetzt, was machen Sie mit Ihrem Leben? Es fängt gut an, aber die Jahre vergehen und wir werden älter. Wir bekommen Angst vor Verschuldung, Angst, krank zu werden oder älter zu werden. Ich verstehe es. Ich habe auch eine Familie. Etwas, wofür ich kämpfe. Und ich möchte nicht, dass mir das irgendwer oder irgendwas wegnimmt. Nicht mein Boss oder meine Finanzen oder mein Alter. Aber wie wäre es, wenn man nicht gefeuert werden könnte? Sie werden es nicht. Und wenn das Alter wirklich nur eine Zahl wäre, ist es. Vorgestellt in Harpers Bazaar, Volk und Cosmo. Die Medien präsentieren es als neuesten Durchbruch im Bereich Anti-Aging. Was steckt dahinter? Es heißt Youth Enhancement System. Und kurz? Yes. Es enthält das neuste im Bereich Hautpflege und Nahrungsmittelergänzung. Nur reinste Bestandteile kommen zum Einsatz. Yes bekämpft das Altern auf nie zuvor erreichte Weise. Mit hochmodernen Methoden und klinisch nachgewiesenen Ergebnissen. Es revolutioniert die Branche auf globaler Ebene. Eine leistungsstarke Produktpalette. Einige wirken von innen nach außen und andere wirken von außen nach innen. Ein umfassendes Schutzschild gegen Alterung. Wir beginnen mit Lumines. Lumines ist Anti-Aging Hautpflege mit dem Einsatz modernster Technologie. Sie unterstützt die natürliche Fähigkeit des Körpers, sich zu erneuern. Schritt 1 die Haut reinigen mit dem Youth Restoring Cleanser. Schritt 2 ist das Cellular Renovination Serum. Das Serum ist unser Aushängeschild. Es verringert das Auftreten von feinen Linien und Fältchen und hinterlässt Ihren Tan vollständig erfrischt. Der dritte Schritt ist cool. Es beginnt mit einem feuchtigkeitskomplexer Morgen, der tagsüber vor den schädlichen Sonnenstrahlen schützt, und endet mit einer zukunftsweisenden Nachtpflege, einer Geheimwaffe zum Auftragen vor dem Zubatkin. Sie repariert Ihre Haut, während Sie schlafen. Eigentlich fühle ich mich jung wie 25. Die Falten machen mir Sorgen, und es scheint, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel sehe, entdecke ich eine neue. Ich bin gerade 30 geworden, und deshalb achte ich mehr auf meine Gesichtshaut. Ich habe meine Haut wirklich nicht so gepflegt, wie ich es hätte machen sollen. Um Sonnenschutz, dafür habe ich mich nicht gekümmert. Rosacea, hier auf den Wangen und im Stirnbereich. Diese feinen Linien, Sie wissen schon, die um die Augen und den Mund herum. Ich dachte, was soll ich denn dagegen tun? Mein ganzes Leben lang habe ich mit Akne zu kämpfen gehabt, und es scheint, dass alle Glänser, die ich bisher verwendet habe, trocknen meine Haut aus. Und ich musste mich wirklich entscheiden, trockene Haut oder Akne. Ich dachte immer, Hautcremes sind was für Mädchen, aber je mehr ich darüber nachdenke und sie ausprobiere, da sage ich, wissen Sie was, man merkt den Unterschied. Ich liebe es, wie sich Luminesse anfühlt. Es ist seilig und ganz zart auf meiner Haut, überhaupt nicht fettig, das mag ich. Die Leichtigkeit des Produkts, es fühlt sich sehr erfrischend an beim Auftragen. Sie zieht sehr schön ein und fühlen sich natürlich an. Es schmiert nicht, sondern zieht gut ein. Es fühlt sich weder schwer noch fettig an. Ich fühle mich erfrischt und mein Gesicht fühlt sich super und luxuriös an. Das Serum ist toll. Das ist mein Lieblingsprodukt von allen. Ich liebe es, wie es die blauen Flecken und meine Hände aufgehellt hat. Am meisten geärgert hat mich, wie schnell meine Hände gealtert sind. Ich habe Produkte probiert, die nicht wirklich geholfen haben, aber das Serum hat mein Tan wunderbar ebenmäßig gemacht und sieht sehr, sehr schön aus. Luminesse hilft wirklich. Aber wie wäre es, wenn man wirklich sofort Ergebnisse haben will? Ich meine nicht über Nacht oder in ein paar Stunden nach einem Facial. Ich meine sofort. Und das ist nicht Science Fiction. Das ist Realität. Dieses Produkt ist so stark, es wurde mehrmals live vor Tausenden von Leuten demonstriert. Und jetzt ist klar. Instantly Ageless ist ein weiterer Grund, weshalb Jeunesse eine globale Anti-Aging-Macht hat. Es lässt Zeichen des Alterns innerhalb von Sekunden verschwinden. Ein weiteres Produkt enthält eine Mischung aus Antioxidantien der Botanik. Diese laden ihr inneres System kraftvoll auf. Der wichtigste Inhaltsstoff ist Resveratrol. Resveratrol schützt vor oxidativem Stress und trägt zur Erhaltung eines gesunden Immunsystems bei. Ein einziges Päckchen am Tag kann Ihren Zellen helfen, gesünder zu bleiben und länger zu leben. Sie sehen gut aus und fühlen sich fantastisch. Es heißt Reserve. Apropos Nahrungsmittelergänzungen, die in Tausenden von Varianten erhältlich sind. Wie sollen wir wissen, welches wirklich funktioniert? Das können wir nicht. AM-PM ist ein bewährtes Nahrungsmittelergänzungsduo mit Inhaltsstoffen höchster Qualität, die die Zeichen der Alterung bekämpfen und den Zellen im Körper hilft richtig zu funktionieren. AM schenkt Ihnen die Konzentration und Energie, die Sie für den Start in den Tag brauchen. Während Sie PM auf einen erholsamen Schlaf vorbereitet, damit sich Ihr Körper auf die Erneuerung und Erhaltung der Zellen konzentrieren kann. Es braucht Pflege, um sich jünger zu fühlen und jünger auszusehen. Und eine einfache Pflege fängt mit der Grundlage an, wie unserem Appetit. Die Statistiken berichten, dass Fettleibigkeit und unkontrollierte Gewichtszunahme in der Welt ansteigen. Die grausame Realität ist, das kann jedem von uns passieren. Mit fortgeschrittener Technologie und einem bewährten System, das Fett abbaut, nehmen sich die Menschen jetzt den Körper, von dem sie träumen, zurück. Mit Shape wird bösartiger Hunger blockiert. Mit Fit wird ungewünschtes Fett im Körper verbrannt. Und mit Proil werden gesunde, starke Muskeln wieder aufgebaut. Wenn man es mit gesundem Essen und Sport kombiniert, eröffnet ZenBody den Weg zur Balance und erlaubt Ihrem Körper, so zu arbeiten, wie es einmal bestimmt war. In perfekter Harmonie. Also, Sie haben von Wachstumsfaktoren, Resveratrol, bewährter Nahrungsmittelergänzung und intensiven Abnehmen gelernt. Schon mal was von einem Telomere gehört? Ich auch nicht. Ich hatte keine Ahnung, wie wichtig die sind. Tausende von Studien zeigen jetzt die Verbindung zwischen kurzen Telomeren und des Altern der Zellen. Und das hier ist das am fortgeschrittenste Nahrungsergänzungsmittel auf der Welt. Finiti enthält eine geschützte Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen, die dafür bekannt sind, kurze Telomere zu verlängern und gesunde Stammzellen zu erhalten. Also zusammen sind all diese Produkte das Youth Enhancement System. Sie sind wie ein Dominoeffekt. Das hilft DNA zu reparieren, neue Zellen wachsen zu lassen, Telomere zu verlängern und es ist auf ihre Gesundheit fokussiert, aber auf mikroskopischer Ebene. Einige wirken von außen nach innen und andere von innen nach außen. Yes ist das fortgeschrittenste Verjüngungssystem auf der Welt. Und exklusiv nur erhältlich von Jeunesse. Okay, also was heißt das alles? Es heißt, dass Jeunesse das Leben von Menschen verändert auf der ganzen Welt. Zehntausende von Menschen von überall her sehen jünger aus, fühlen sich jünger. Die Menschen sind glücklicher und zuversichtlicher und das verdanken sie jetzt. Jeunesse hat wahrhaftig Jugend neu definiert. Sie sehen besser aus und fühlen sich besser. Sie entscheiden, wann und wo sie arbeiten möchten. Zunächst Teilzeit, später Vollzeit. Sie werden Teil eines Teams aus Liedern, denen sie wirklich wichtig sind. Und die sehen wollen, dass sie Erfolg haben. Nicht nur, um von den Vorteilen dieser Produkte zu profitieren, sondern um dadurch einen unglaublichen Gewinn zu erzielen. Jeunesse vergütet auf der Basis des erzeugten Umsatzes durch das Teilen der Yes-Produkte. Je mehr Umsatz erzielt wird und je größer ihr Team wird, umso mehr Menschen werden bezahlt. Wählen Sie die Strategien, die für Sie am besten funktionieren. Es ist Ihr Leben und Sie haben das Recht, diese Entscheidungen zu fallen. Es ist ein bewährter Plan mit sage und schreibe sechs Einkommensquellen. Die Leute verdienen 26.250 Dollar die Woche. Die Woche! Stellen Sie sich mal vor, was man damit machen kann. Ponsonierung, Hypotheken, Schulden. Diese Begriffe beschäftigen uns. Sie bestimmen, wie wir unser Leben leben. Aber die Leute von Jeunesse sind in der Lage, Incentivisens exotischen Zielen zu unternehmen. Sie haben sich im Leben belohnt und haben etwas absolut Unbezahlbares gewonnen. Meine Zwanziger vergingen wie im Du, weil ich sieben Tage die Woche gearbeitet habe, manchmal zwölf Stunden am Tag. Ich wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und so wollte ich unbedingt erfolgreich sein. Und ich wusste, dass ich harte Arbeit eines Tages auszahlen würde. Ich war jeden Tag in dieser Tretmülle. Vor Jeunesse war ich einfach nur Hausfrau und Mutter und alleinerziehend. Vor Jeunesse führte ich seit zehn Jahren meinen Schönheitssalon. Ich hatte nur 15 Dollar auf meiner Bank. Als ich das Geschäft durch und durch verstand, begann ich es zu lieben. Mein Leben hat sich komplett verändert. Ich habe mehr Zeit für meine Tochter. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Ziele und dieses Unternehmen wird Ihnen helfen, alles zu erreichen. Der durchschnittliche Diamant bei Jeunesse verdient mehr als eine Million Dollar im Jahr. Ich erreichte Diamant direkt nach meinem ersten Jahr bei Jeunesse. Mein ganzes Leben hat sich total verändert. Werfen wir einen Blick auf die Fakten. NTA Jeng S Market soll allein in den nächsten drei Jahren über 300 Billionen Dollar Umsatz erreichen. Und was bedeutet das? Die Menschen wollen nicht altern. Und sie werden ganz, ganz gutes Geld dafür bezahlen, um dieses Geheimnis zu lüften. Das Geheimnis, das Jeunesse angefangen hat zu lüften. Genau in diesem Moment nutzen die Menschen ihre Telefone, Computer, Tablets und soziale Netzwerke, um Jeunesse zu teilen. Das sind Methoden, mit denen sie bereits umgehen können. Mit nur einem Knopfdruck verdienen Menschen auf der ganzen Welt ihren Lebensunterhalt. Und das Beste daran? Sie benutzen eine globale Infrastruktur, die bereits vorhanden ist. Das ist nicht nur Innovation, sondern genial. Es ist simpel. Mit einfach zu verwendenden Produkten, Vertrieb in mehr als 120 Ländern und der Möglichkeit von überall aus Geschäft zu machen. So haben sie mehr Zeit für Familie und können das Leben genießen. Und dies geschieht genau jetzt. Denn die Menschen wollen ihre Zukunft verändern. Leute wie Sie. Jeunesse definiert nur nicht Jugend neu, es definiert viele Leben neu. Hier kommt meine Lieblingsstelle. Die Menschen. Jeunesse war nie eines dieser 0815 Startups. Es wurde von Leuten gegründet, die einen Darf sahen und ihn abdeckten. Die Gründer sind Randy Ray und Wendy Lewis. Bodenständige Selfmade Millionaires. Sie stammen aus einfachen Verhältnissen. Und im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sie gemeinsam stark erfolgreiche Unternehmen ins Leben gerufen. Jeunesse rangiert als die am schnellst wachsende Privatfirma unter den Inc. 500. Randy wurde ausgezeichnet und wird im internationalen Who is Who aufgeführt. Wendy wurde von Direct Selling News als eine der 20 einflussreichsten Frauen ausgezeichnet. Zwei Mal. Denn es ist ein Familienunternehmen. Es hat ein Vermächtnis geschaffen, das andauernd und über Generationen hinweg bestehen wird. Randy und Wendy sind Schöpfer. Sie wissen, dass nur der erfolgreich ist, der anderen hilft, erfolgreich zu sein. Sie haben eine tiefe Leidenschaft und wünschen sich, dass jeder Vertreiber seine Träume erfüllt sieht. Sie wissen, wie es sich anfühlt zu kämpfen und sich durchzuboxen. Und das macht diese Unternehmen wirklich zu einem Partner. Es ist nah, aber dennoch global und das liebe ich. Und wissen Sie, was mir noch gefällt? Sie geben. Jeunesse konzentriert seine Kultur auf den Grundsatz, nichts ist wertvoller als Familie. Jeunesse Kids ist die Charity und sie arbeiten Hand in Hand mit Free the Children, eine Organisation, die die Jugend stärkt und geben direkte Hilfe an benachteiligte Kinder weltweit. Zusammen verstehen sie, dass Kinder die Zukunft sind. Und als Partner baut Jeunesse ein holistisch und zukunftsfähiges Programm auf. Es heißt Adopt a Village. Das heißt, sie machen einen dramatischen Effekt für Familien, für ein ganzes Leben. Jeunesse Kids hat über zwei Millionen Mahlzeiten an Kinder weltweit verteilt. Das Ziel ist es, in sechs Monaten zehn Millionen Kinder zu ernähren. Jeunesse mag zwar jung sein, es ist aber bereits ein Riese. Dank einer soliden globalen Plattform gilt es als dann am schnellst wachsende Unternehmen in der Branche und wurde zu einem der Top 50 Unternehmen der Welt ernannt. Diese Statistiken verdrehenen die Köpfe. Und es besteht keine Frage. Jeunesse setzt neue Maßstäbe für den Erfolg. Okay, das war jetzt wirklich eine Menge Information. Aber wie ich bereits sagte, es ist ihr Leben und ihre Entscheidung. Hier ist die Sache. Zweifellos hat Jeunesse die Spielregeln verändert. Und der Weg zu einem besseren Leben ist einfacher geworden. Mehr verdienen, jünger aussehen, das Leben genießen. Das wird Generation Young genannt. Hören Sie auf, Angst zu haben. Angst haben ist einfach. Mutig sein ist viel schwieriger. Es geht mir darum, am Ende des Tages schauen Sie in den Spiegel und fragen sich, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Und jetzt leben Sie. Ihr Herz schlägt. Machen Sie was draus. Machen Sie. Machen Sie sich. Machen Sie. Machen Sie. Vielen Dank.